Kriegst du mit Raphael in Akt 2 auch nochmal zu tun? Da bin ich ja mal sehr gespannt, muss ich ganz ehrlich gestehen. So, wir gehen jetzt in die Richtung, wo die Gefäng... Mal gucken, also ich bin mal gespannt, ob wir trotz dessen, dass Leisel tot ist, das Thema mit der Gefängigrippe trotzdem angehen können. Oder halt auch nicht. Oder, warte mal, warte mal, warte mal, wir haben hier unten auch noch... Ähm... Da müssen wir ja auch noch hin, ne? Fällt mir grad so auf. Warte mal, wir gehen mal zuerst runter in den Zoom. Ja, Leisel ist tot. Ähm... Da gab es einen kleinen, ähm, Zwischenfall im Lager zwischen Shadowheart und, ähm, Leisel. Ähm, Ende vom Lied war... Ähm, Leisel... Hat es nicht überlebt. Du konntest den Schrei schlichten. Ich, ich hab ihn, ähm... Sagen wir es mal so, ich habe zugeguckt. Aber ganz genau weiß ich es nicht mehr. Es wird irgendwann, irgendwann... Ähm, könnt ihr das auch nochmal nachgucken. Ähm, wenn dann die Folge in 30.000 Jahren, ähm, quasi bei YouTube, äh, zu finden ist. Aber das wird noch, ähm, dauern. Wollen wir hier hin, wollen wir gar nicht. Müssen wir jetzt zurück. Und Skatman, wie geht's dir? Alles gut bei dir? How are you doing today? Okay. Da bist du noch auf der Krippe... Also ich bin mal... Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also gerade weil halt Leisel tot ist, ob wir da überhaupt was machen können. Beziehungsweise ob wir da überhaupt hinkommen. Das wäre so die... Äh, entscheidendere Frage für mich. Was wollen wir hier hin? Vielleicht noch? Nix. Aber wir könnten, glaube ich, hier rufspringen, oder? Nee. Hm. Ja gut, dann laufen wir erstmal hier weiter runter. Hm. Ja, dann bin ich ja... Dann bin ich ja mal gespannt, was da so... äh, passiert. We know you have her. Please. Lads, for the love of all that is holy, I've never clapped eyes on your poor sister. Drop the act, hug. You was the last to see me, Rina. Just let her go. Please. Thank goodness you're here, sweetie. I... I don't know what's come over these boys. Stop this. We... We won't ask again. Ah, schade, dass wir es mit, ähm... ...den Würfelwurf verkackt haben. Aber... Mh... Was ist hier los? Um... Ja, jetzt ist die Frage... Also, sie ist wahrscheinlich die Vettel, aber, ähm... Also, wenn wir uns nicht einmischen, wird, denke ich mal... Ich weiß nicht, ob, äh, Tantchen denn stirbt, oder... Warum steht ein... Oh, sie sind sogar bei... Sie ist sogar... Ja, nun, okay. Also, ich glaube mal, sie... Die haben beide nicht so die geringste Chance. Ähm... Das war easy. Warum hat sie eigentlich Blut an ihrer... An ihren Sachen? Der beste Dank ist Gold. Ja, ich glaube mal, sie ist ein bisschen... Ja, ich glaube mal, sie ist mit mir. Das ist all meine Schuld. Aber ich habe eine Worte. Marina hat mich nicht zu spüren, wenn sie sie suchen. Und meine Worte ist meine Worte. Das Schöne will be verraten. Wir können sie wissen, dass sie sie verraten. ich frage mich wie sie sich bei uns angemessen bedankt ganz ehrlich ich wollte eigentlich hier gucken was ich mit ihnen noch rufen kann zerfleddeter brief den können wir uns mal angucken ok vielen lieben dank sally um 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 Wahrnehmung ist fehlgeschlagen. Die kommen auf jeden Fall. Warte mal, ich werde mal die Gruppe kurz Mäh! Oh, was ist hier hinten passiert? Okay, kommen wir da irgendwie hin. Okay, ähm, sie hat weitere Blutungen. Ja, das ist natürlich mega unlustig. Ja, man, schön, dass du es auch, äh, erkennst. Wenigstens einer erkennt, dass die Fallen sind. Äh, ja, ich habe noch beide Augen, weil, ähm, ich denke mal, das hat mit Volo zu tun, ne? Und, au. Und, allerdings, äh, diese Praxis von Volo, da, was er uns da angeboten hat, das, ähm, erschien mir doch so ein bisschen, ja, nee, das, äh, wollte ich dann doch nicht so ganz. Hm, mal in den Rucksack reingucken. So, ja, das war's denn hier. Ähm, wie weit bist du? Ich bin immer noch im ersten Akt. Ähm, aber ich versuche jetzt so die letzten Sachen aus dem ersten Akt zu machen. Ähm, keine Ahnung, ob wir, denke mal, heute werden wir das nicht schaffen. Ähm, aber ich denke so, ja, im Laufe der nächsten Sessions sollten wir es auf jeden Fall schaffen. Gehe ich mal ganz stark davon aus, zumindest. Okay, kein Warnungshof. Aber ein Feinstellerwerkzeug ist schon mal etwas. Die Frage wäre jetzt, warte mal, wir sind hier unten. Tantchen wäre hier. Ob wir die eventuell nachziehen sollten. Wir waren noch nicht mal überall. Weiß aber nicht, ob ich da so rankomme. Oh, Ruinenheiligtum. Ähm, um, Schau mal nach. Dann, äh, bin ich ja mal gespannt, also gibt es, also du meinst, warte mal ab, im Sinne von, ähm, sollte ich machen, oder, äh, er, äh, meinst du so, warte mal ab, im Sinne von, ähm, was passiert, wenn ich es nicht mache? Also bisher habe ich es halt nicht gemacht, weil mir die Methode von ihnen so ein bisschen sehr fragwürdig erscheint. Okay, er hat sich geheilt hier irgendwie. I'm good. Okay, er hat einen sehr kleinen Bewegungsradius, weil er halt noch so halber durch Wasser und so muss. Alles klar, ja, nee, dann ist es natürlich besser, Glossy. Wie viel von den Dingern möchtest du da eigentlich noch, äh, machen? Schade aber auch. So. Und ein Knaufschlag für dich. So. Er will. Will, wills. Will, wills. Guuuut. Knauf kriegen wir halt leider nicht so. Schade. Über ihn noch. Schade. Schade. Mh. Vor allem, wie sie halt immer noch Fleischfeule. Ähm. Nachteil beim Attributswerfen und Rettungswerfen. Auf Charisma verwundbar durch alle Schadensarten. Die Schade, die Schade, die Schade. Nice schade. 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 x macht nicht so viel damage aber merkt schon also auch gerade am level mal gut die sind level 3 mittlerweile machen die nicht mehr ganz so viel aus Wow Ah gut Wir haben auch mittlerweile uns durch das komplette Unterreich gelevelt Von daher sind wir glaube ich ein bisschen drüber für die Aber nur so ein bisschen Er kann sich regenerieren Friedischer Fehlschlag Ja das ist natürlich blöd Ich kann mich mal hier um ihn Oh Okay, da kommen wir nicht hin. Hätten wir auch einen normalen nehmen können, glaube ich. Den lassen wir mal noch. Ich glaube, von den Fliegefiechern haben wir jetzt keine mehr, nur noch die Groots haben wir jetzt noch. Ah, schade. Das war... ordentlich. Verringerte Bewegung wegen Matschig, wenn wir hier mal rausgehen. Okay, das Matschig ist noch ein Zug lang. Ja, dass die neun Prozent nicht ausreichen, war mir schon fast klar. Ähm... Hast du irgendeine Anfälligkeit? Hälte, okay, und Feuer, interesting. Hätten wir denn eins von beiden? Also, Feuer haben wir definitiv. Ich hoffe nicht, dass er sich gleich irgendwie heilt, ne? Okay. Ich bin inspiriert. Yeewee! Inspiration, Volkszelt, Akkulüt, Soldat, Telamir... Gut, Lizelle ist tot. Für die Zeit, Alter. Überlebe einen Kampf, in dem du mindestens zehn Gegner tötest. Okay. Ja, nice. Ja, dann gucken wir mal, was wir hier so Feines haben. Machen wir noch eine kurze Rast. Was haben die denn hier, Feines? Balsam? Uh. Damit lässt sich auf jeden Fall was anfangen. Wald-Weit-Schild. Hm. Klingt prinzipiell interesting. Müsste ich ja auch mal mit dem Schild vergleichen, was ich aktuell habe. Für, ähm... Shadowheart. Hm. Ach, hier ist noch eine Truhe, Mensch. Dunkelhände. Dunkelhände. Hm. Bei einem Treffer durch einen waffenlosen Angriff erhält der Träger zwei Blitzladungen. Hm. Wäre die Frage, zählt zu einem waffenlosen Angriff auch, ähm... Zum Beispiel Magie. Ich wäre jetzt so... Können wir hier... Trankes Gedanken lesen. Und wir hatten hier einen Holzspalt. Brief an Karga. Okay. Ich weiß nicht, ob das noch von Belang ist. Karga. Uludan hat von eurem Fortschritt bericht... Äh... Fortschritt berichtet. Ich bin froh, dass der Ritus der Dorn begonnen hat. Ich werde bald von Mantelwald nach Beidus Thor aufbrechen. Solltet ihr weitere Hilfe von meinem Zirkel benötigen, solltet ihr jetzt fragen. Sobald der Smaragd-Hein abgeschieden ist, wird er zum Reich der Schatten-Druinen und ihr zu seiner ersten Druiden. In Faldorns Erinnerung, Erz-Druiden Elis... Das klingt jetzt... Nicht so sonderlich gut. Zum Glück haben wir das verhindert. Aber was du im Nachhinein noch, wirst du... Ähm... Also sprich, das Spiel, ähm, wäre eigentlich... Beziehungsweise die Entwickler wären wahrscheinlich davon ausgegangen, dass du... Ähm... Einen komplett anderen Weg eingeschlagen hättest. Ähm... Also wo du... Das hier eher gefunden hättest, so gesehen. Aber ich bin ja komplett... Ähm... Anders gelaufen. Könnte man sagen. Bin komplett... Anders vorgegangen, könnte man sagen. Da erreicht einen dieser Brief jetzt so ein bisschen zu spät. So, mit einer Fackel schlagen. Oh nee. Hier kommt man nicht nur... Oh nee. Wir müssen den Weg wieder zurückgehen, indem wir gekommen sind, glaube ich. Ich hoffe bloß, dass alle rüberkommen und dass hier keiner zurückbleibt. Sehr gut. Gut, ähm, dann gehen wir mal hier noch hin. Aber ich glaube, da waren irgendwo auch noch Fallen, ne? Hm. Was ist eigentlich denn den Weidenkorb da? Bis dahin können wir nicht springen, oder? Also zumindest nicht alle. Vor allen Dingen, wisst ihr, ich springe. Was machen meine Mates? Ja, reden wir mal nicht drüber. Die haben sich so gesagt, ach, wieso soll ich da springen? Vollkommen überbewertet.